hallo meine sehr verehrten damen und herren und willkommen zu einer weiteren folge von minecraft namenlos ja in der letzten folge hatten wir ja eine kleine aber feine nether tour die uns jedoch leider nicht so viel gebracht hat allerdings würde ich heute ganz gerne wieder unsere pflanzen ein bisschen vorantreiben lassen also vorantreiben und wir füttern die mal mit bomil ok das hat genau gar nichts gebracht danke dafür doch hat ein bisschen was gebracht vielleicht weiß ich nicht aber da ist ein neuer samen rausgekommen das ist natürlich sehr praktisch denn ich wollte mir gerade noch einen neuen kraften aber wir haben eben noch nicht genug wir brauchen noch zwei entfernen essenzen und dann haben wir genug aber allerdings so was wollte ich heute machen ich wollte ich muss schauen ob es noch irgendeine möglichkeit gibt es gibt noch so eine watering can und zwar von zwei verschiedenen mods einmal von extra utilities die hätte ich ganz gerne ausprobiert ob die das vielleicht auch ein bisschen beschleunigt entschuldigung habe ich kurz ausrüsten müssen so die würde ich ganz aus ganz gerne ausprobieren ob die das auch wieder ein bisschen beschleunigt und ich würde sagen wir machen die uns mal ganz schnell hier haben wir ein bisschen holz daraus können wir uns die holzschüssel kraften jawohl so und dann brauchen wir auch ein bisschen kabels song glaube ich haben wir da wahrscheinlich auch ein bisschen na komm schon ist ja auch noch mal husten tut mir leid ich bin leider etwas angeschlagen aber das hält mich ja nicht davon ab hier ein bisschen minecraft namenlos zu spielen okay wir brauchen tatsächlich clean stone aber den haben wir ja schnell durch geschmolzen wir brauchen 1234 glaube ich 1234 müssen das gewesen sein oder jawohl 4 clean stone brauchen wir der sollte ja schnell durch geschmolzen sein und dann können wir schon loslegen mit der watering can und ich hoffe die hilft auch ein bisschen für das da wenn nicht müssen wir uns halt wirklich diese growth accelerators holen so dann haben wir hier den clean stone durch gebrannt und machen uns diese watering can hier dann haben wir das auch schon so die müssen wir jetzt auffüllen mit wasser und zwar können wir das direkt hier machen ach so muss man gedrückt halten um mehr wasser aufzufüllen dann schauen wir mal ob das wirklich was hilft oder nicht so jetzt ist sie voll jetzt können wir ja mal schauen da hilft es nicht merke ich zumindest doch doch hilft schon hilft schon vielleicht sollte ich mal kurz doch 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 das hilft gutes hilft gut auf jeden fall schaut euch an wie schnell ihr jetzt alle wachsen doch doch das ist gut vor allem die mit dem grover accelerator darunter müsste jetzt doppelt beschleunigt werden so jetzt muss ich aber mal kurz die partikel arten stellen die habe ich nämlich ausgestellt weil es sonst ein bisschen zu sehr gelegt hat wo ist denn das drum wo fällt das rein hat er vielleicht nein animation star so water particles und ich habe eigentlich alle partikel an all decreased minimal decreased okay dann 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 so ja jetzt sieht man auch schon die und wir haben unsere erste eisenessenz können wir auf ups na komm schon so er kann ich die nicht aber ernten mit der leeren hand vielleicht die muss ich okay die muss ich abbauen zum aber ernten ist natürlich auch irgendwie ein bisschen seltsam aber anscheinend ist es so wir ziehen am besten auf dem block in der mitte ich glaube dann werden alle rundherum gegossen glaube ich zumindest so das geben wir mal weg denn wir wollen ja das feld sowieso weizen frei haben dann können wir das hier schnell ab ernten hier haben wir wieder eine samen rausbekommen von an inferium samen das ist natürlich sehr cool denn wir brauchen ja sowieso viel viel mehr inferium essenz weiter geht's so weiter geht's so wir müssen die watering can wieder ein bisschen nachfüllen das können wir eigentlich auch hier in der mitte machen ach guck mal jetzt fühlst du sich gleichzeitig nach glaube ich oder nein sie leert sich okay so geht es füllt sich nicht nach so das können wir auch abbauen das auch alles schon gewachsen dafür können wir hier ein paar samen anbauen so weiter geht's ja aber die nächste inferium essenz also anscheinend ist das so gemanagt dass das erste mal also ich glaube dass es so ist das erste mal wenn man wenn man eine essenz aberntet kriegt man keinen samen dazu und dann kriegt man jeweils nochmal einen samen dazu soweit ich das jetzt beobachten konnte denke ich mal gut wir stehen jetzt einfach mal so ein bisschen da und klicken so herum dann kriegen wir haben wir jetzt wie viele setzen haben wir acht essen jawohl dann können wir uns auch schon wieder eine neue kraften wobei das ja eigentlich jetzt unnötig ist ich würde die ganz gerne zusammen kraften schon für ein bei daraus wird ein ein gut okay vergiss es das machen wir jetzt nicht wir also ich würde mir gerne diese inferium sie ist hier zwei machen das brauchen wir eben diese brut denn zu müssen sind die kosten viel jeweils also wir brauchen acht von den potenzen sind okay ich hole mir schon mal schnell den kristall so dann können wir uns da auf jeden fall mal zack und weiter geht's zwei von denen hier machen ja ich muss wieder nachfüllen wird so schnell leer die gießkanne vielleicht schauen wir auch vielleicht machen wir uns dann auch die gießkanne von dem mod der da dazugehört vielleicht bringt das ein bisschen was vielleicht ist es ein bisschen besser so kann ich die jetzt abernten dann muss ich dir wieder zerstören dann muss ich wieder zerstören warum okay jetzt habe ich aber zwei seeds bekommen also ihr seht schon die vermehren sich die samen das ist auf jeden fall ganz geil so hier kommen wir wieder ein eisen am pflanzen hier auch ein eisen und vier düngen weiter mit unserer kleinen aber feinen gießkanne so da können wir abernten wenn wir dann auch mehr diamanten haben dann können wir uns auch gerne diese fertilization also die growth accelerators machen denn die bringen also die dann brauche ich halt nicht immer daneben stehen und drauf klicken das ist natürlich dann auch ganz praktisch so wir bauen das eisen wieder an hier und das wasser ist natürlich leer muss ich wieder auffüllen so hier ist noch was gewachsen also anscheinend ist es doch zufall ob jetzt eine zweite same rauskommt oder nicht aber wir sind schon ganz gut dabei würde ich sagen so wir schauen mal schnell da können wir uns wieder eine neue so eine wie heißen die prudentium essen machen also eine neue prudentium essenz so da haben wir wieder eine eisen pflanze ready so zack 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 und wieder schön gießen schön gießen jawohl da wachsen sie und sprießen sie die ganzen pflänzchen so zack zack so ich möchte ja mal ganz kurz schauen wir brauchen nachher dann so ein slice leistungs 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 so das brauchen wir dazu brauchen wir solarium ingot schere eisen sommer ja genau das ok und dazu brauchen wir quatsch und geniegt da geniegt da und lapis ok also wir brauchen auf jeden fall diese blöden farbstoffe das nervt mich ein bisschen dann brauchen wir diese blöden farbstoffe dauernd naja müssen wir mal schauen wie wir die farbstoffe tatsächlich jetzt dann herstellen können denn in diesem mod ist es nicht so dass man einen farbstoff nimmt man kann dann alle nehmen sondern man muss sich so farb cluster kraft und dazu braucht man schon gewisse farbstoffe ich glaube in sex brauchen wir wir brauchen auf jeden fall auch orange und lapis sondern mal kurz ausgehustet und noch irgendeine farbe war das die wir jetzt so schnell allerdings nicht kriegen also da müssen wir uns echt mal auf die suche machen nach hinten fischen und co aber in dieser folge haben wir echt schön was weitergebracht wir haben einiges essen gesammelt und auch ein paar eisen essen also sechs davon jetzt brauchen wir nur mehr zwei und wir können uns schon sechs eisen kraften also das ist eigentlich gar nicht so schlecht und ja wie schon gesagt das war's für diese folge lasst gerne ein like da wenn es euch gefallen hat und gerne auch mal ein abo da lassen damit ihr nichts mehr verpasst und ganz wichtig die glocke aktiviert ich weiß das sagt jeder aber es ist wirklich wichtig denn sonst bekommt ihr keine benachrichtigungen wenn ich ein neues video hochladen in diesem sinne würde ich sagen das war's für dieses mal macht's gut bis dann und bis dann bis dann